Oh yeah! Oh yeah! Golf! Hallo? Ja, lass uns Golf spielen. Yay! Oh, ich will auch ein Schläger. Und ich das richtig? So. Ja, genau. Es gab wirklich... Es war schon. Also es gab... immerhin... Ja. Scheint es gar nicht so unrichtig gewesen zu sein, ne? Also ich habe jetzt keinen Schläger dafür benutzt. Ja, das ist auch schon ein Schläger. Sollen wir hier unten durch? Er ist auf jeden Fall ein Button. Der ein... Ich komme nicht mit meinem Schläger da lang. Jetzt. Ich ähm... Okay, das ist lustig. Oh, oh, Vorsicht! Das könnte die falsche Richtung gewesen sein. Ah, Scheiße. Nein! Warum? Ich bin direkt wieder runtergefahren. Ich auch. Nein, schon wieder! Aber ich bin jetzt mal durchgegangen, also... Beim nächsten Respawn kommt ihr hier drüben an. Ja, aber ich hätte mich so gern schlagen lassen. Ja, das stimmt. Das war auch sehr witzig. Aber ich hatte nicht die Chance dafür. Da muss Mattis das auf jeden Fall bei mir rein... Okay, das sah genau so aus bei mir. Aber ich wurde nämlich 10 Kilometer lang gezogen. Das ist ein Golfpark! Immer. Mr. President! Mr. President! Warten Sie auf uns! Ich habe keinen Hebel. Okay. Okay. Dann mache ich so und lasse das mal so stehen, dann fällt er nämlich runter. Dann können wir es gleich nochmal machen. Ja. Wo ist Lena? Da kommt Lena. Wo ist Leggo? Oh! 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 Wo ist Leggo? Be walking my friends. Wie war ich, meine Freunde? Leggo! 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 Ich muss dir was zeigen. Der Mr. President hat was richtig cooles gefunden. Hier. Guck dir das an. Guck, guck, guck. Du guckst in eine andere Richtung. Yes. Ah. Komm irgendwie bekannt vor. Oh. Ah. Das ist eine gute Idee. Oh. Warten Sie auf mich, Mr. President. Bringt das irgendwas? Nein. Das ist mal lustig. Sehr schön. Ah, Mr. President, ihr Nacken. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Ich halte ihn mir trotzdem wahr. Hm. Ich glaube, wir müssen da rauf. Ja, aber... Mr. President. Also, mein Sprung war schon mal nix. Irgendwie steckst du hier fest. Lena ist stuck. Wo ist Lena stuck? Ich komme ja schon. Ein Stream ist auf jeden Fall pausiert. Oh, dann schalte ich ihn wieder an. Das war Lenas. Ha! Jump, hallo, my friends. Ich bin auf dem Atten. Kommt mir so, so bekannt vor, ne? Als wir immer schon mitgehen. Ich kann mich nicht verwenden. Ich mich auch nicht. Also, das mit dem Hin- und Herschalten kam mir auch bekannt vor, aber... Die Golfschläger halt nicht. Ja. Hm. Ah, okay. Nice! Leucht-Boat. Wow. oh langweilig ja das kann jeder einfach durchgehen und hier vielleicht irgendwie die andere seite rüber na gut wie sind die golf cards da hinten ein funktionierender kommst du hoch jetzt bin ich schon weg ich bin auch ich hänge jetzt hier nein ob das so richtig ist hey das maligen ja hier oben brauchen okay los geht's nein ist der president warten sie auf mich okay wieder zurück verkehrsunfalle bauen mr president mr president irgendwie einen aufgang hoch bauen Also da muss der Wagen stehen und dann auf den hoch. Ja, da muss der Wagen stehen. Das wäre vorteilhaft, wenn der Wagen da stehen könnte. Das wäre super, wenn der Wagen da stehen würde. Also wenn der Wagen da stehen würde, wäre das ja was. Ja, dann hol mal schnell den ADAC. Ich bin der ADAC. Okay, und los. Ah, 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 ah. Oh, was ist denn? Ah, aber es hat funktioniert. Bester Ort, um sich festzuhalten. Ja. Das wäre wirklich großartig. Ich freue mich schon, auf den Schaut daraus. Das sah so gut aus. Man kann schleckend lenken mit dem Wagen. Verstehe ich doch. wir spawnen ihn einfach neu ja okay aber langsam man dann warte das ist zu lenken das funktioniert so okay kann mich einer hier rausziehen steckt ich rette doggo ich wollte ihn hier hinten nochmal ein bisschen rüber ziehen vielleicht bringt es ja noch was aber hier lässt er sich nicht bewegen reicht mir jemand hier eine box wieder hoch kann man nur vorwärts und rückwärts mit ihm fahren ja deswegen musste ich ihn ja respawnen hm komm, wickel dich hoch na geht's oh hm fahr nochmal jemand ein stück vor oh ok also nur so ein ganz kleines stück am besten ja noch ein bisschen fährt er um die kurve oder ne ne Achtung was genau wo ist das schild her ja ja genau da rein oder da rauf stapeln könnte funktionieren ah warte mal hab ich schon versucht hm na ok doch das funktioniert irgendwie wir müssen es nur gut machen wie gesagt zu den shit den wir sonst immer machen hm das ist das problem so da kommt da noch eine hin hui da ok oder auch nicht hm so hm 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 so einen kleineren berg den man hofen müsste hier so vielleicht ist da nicht wo man sonst lang kann man könnte man könnte man auch nicht auf den weg habe ich auch gerade noch mal zurück könnte man das card hier vorne nicht hin bewegen ich warste glaube ich unpassend irgendwann in der ufu sorry ja auch nicht ja ich wollte wenn wir das einfach hinlegen das könnte vielleicht was bringen ja mal ja warte ich drück mal von der anderen seite wenn man da jetzt irgendwie rauf kommt und jetzt irgendwie auf das andere dach drauf von hinter jeder ja ja dann muss Lena vielleicht auch mal so ein bisschen dann kannst du damit nicht ja aber wenn sich der oder war das ein fallen das war ich die räder haben sich gedreht ich wurde runter gedreht ja fast aber wir kriegen es muss nur einer rüber kommen okay aber ich habe meinen zweiten namen nicht dran also einer von euch über die kisten die hier noch stehen kommen einfach ich hätte uns noch einen anderen lösungsansatz glaube ich ach du meinst dach auf dach auf dach ja das ist ja das wäre vielleicht der einfachste ja und dennoch schaffst du es ja wo ist das der safe punkt ich glaube christophs lösung wäre wahrscheinlich die lösung die man hätte machen müssen ich bin auch oben wahrscheinlich ja wobei ich nicht weiß wofür die ähm kisten dann sind das weiß ich auch nicht aber hier oben gegen den golf weiter gespielt ähm ich habe jetzt darauf geachtet ob ein safe punkt gekommen ist will sich alle von euch einfach mal umbringen habe ich gerade eben gemacht und da war noch keiner ne ist auch immer noch keiner okay aber den Kletterkram den kann man ja schaffen kannst du dich an meinem kopf festhalten warte können wir die mit so einem Schlägerhusten nein 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 so dankeschön okay jetzt machen wir nur noch den Mr. President ich hänge hier eine Runde ab hier nimm den Schläger Mathis okay ich nimm den Schläger ich hau ihn damit wo ist er ran? äh noch nicht ach ne ich hab ihn verpasst ach du hast den einen Ball schon kaputt gemacht wir hätten den von dem Rätsel ach so oh sorry was ist wenn wir den brauchen für das Rätsel brauchen wir nicht dafür ist das Karte Mr. Trump schaffen sie es ich bin's Shrek von Secret Service komm hoch dann nehme ich deinen Kopf fällt mich immer unter dem Dach fest das ist nicht so schlau gerade jetzt musst du deine Beine nein komm sie ich bin's Shrek vom Secret Service ach das war ja immer shit Mr. President komm sie ich bin's Shrek ich muss erst noch ein bisschen Pol danzen und da hinten gibt's Bestiality aber ich glaub der Hund erwürgt gerade Borat neiii und jetzt Mr. President Mr. President ich hab sie nicht nein ich hab Angst selber runterzufallen okay wollen wir uns das Auto runterkicken und das wahrscheinlich den Weg machen der gewollt ist ja oder ihr müsst einfach weiterspielen bis der Checkpoint kommt aber Christoph hier hoch hier so dann gehst du hier so hin dann machst du dir Arme hoch und jumpst dann brauchst du mich ja nicht mehr und dann gehst du meinen Mappes where are you ich bin Secret Service Agent äh Shrek bisschen wobbly hier alles ja das ist nämlich schon die erste Herausforderung also da hochkommen ist theoretisch kein Problem draufbleiben ist das größere Problem ja lass mich immer ja ich versuch zur Seite zu gehen und jetzt musst du nur nicht wie er springen sondern ordentlich oh Mr. President sehr gut sehr gut ich bring sie in Sicherheit lass los hier sind sie in Sicherheit kann jemand mit ihm helfen? ich kann selber danke okay sehr gut will jemand diesen letzten Ball abschlagen? ich will okay ja ich will ah so Abschlag ist erfolgt wir sind unter Reuter und dann muss ich noch hier stehen soll ich fahren? ja bitte äh haltet ihr euch alle gut fest? immer ja fuck haha ist gehalten total möglich okay okay ich glaube wir müssen hier hinten leiten oder stepp ähm okay hier ist einfach kein Boden auch schön hm jetzt langsam mal an ja jetzt ein ah safe point okay ich glaube wir müssen hier rüber ohne abgeschlagen zu werden vermutlich ja hahaha ich wurde abgeschlagen aber ich habe da meinen Checkpoint mitgenommen ja warum hier oben? was? das ist ja die Hälfte des Rätsels ausgelassen oder hätte man hier hoch geschlagen werden müssen? ne da unten muss man doch noch einen Button drücken oder nicht? ja ich geh da unten ich geh mal noch da unten ich auch haben wir das Spiel kaputt gemacht? ich habe was abgeschlagen ich bin mir nicht sicher was passiert wenn ich hier drauf stehe wenn ich runter gehe fährt der Fahrstuhl wieder runter das Ding geht hoch und runter ja dann lass das mal runter fahren ok ja doggo oh wir umarmen uns das ist ja wie du und Leonard letztens das war nicht richtig Christoph ja das habe ich jetzt auch gemerkt ja das habe ich jetzt auch gemerkt oh ist das schön guck mal Mathis so schön ja das muss runter kippen wenn der auf zu gründen ist ja 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 so jetzt zum Beispiel naaa das habt ihr schön gemacht aber wo sind wir hier? ihr seid offensichtlich nicht tot ja doch das ist schon respawned ah ok ok jetzt können wir hier mitfahren was ist da unten drin ist ok aber dann scheinen wir ja doch nichts übersprungen zu haben das ist ja also nur nur Marginalwasser dieser Teil kochen wir bekannt vor ne mir absolut nicht halten sie sich gut fest du hast eine Pistole hinten in der Hose ja natürlich nicht ich halte mich streckenfest Guido ich sterbe lieber ich werde zerquetscht sieh mich nicht oh echt dumm bist du? ich bin blöd gelangen hier lang wollen wir hier unten ist leider frei schade ja ich glaube man muss da oben auf das nach rauf ja fuck das Ding kommt mit einem komischeren Winkel als man glaubt ja hier schon tschüss Lena oh das war nix ja fest gut dann schwingen jetzt richtig drüber ist das schön nein was mach ich denn? und wieder runter ich bin drüber ich bin drüber ich bin auch zu blöd darüber zu kommen nein wir schaffen das jetzt alle auch Christoph mit seinem Arm hinterm Kopf Trump oh das sieht gut aus das sah gut nein ich schaffe es nicht mhm oh oh ich hab's nochmal geschafft ok wir haben noch ein 2 ich hab's nochmal geschafft wieder ein Rätsel nicht geschafft wir sollten ein Buch darüber führen wer wie viel Rätsel nicht schafft ok 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 diesen Teil kenn ich dann doch nicht ich bin auch überzeugt wir haben das hier noch nicht bespielt sieh mich auch haben wir auch noch nicht ich will dich sterben warte warte aha aha Glatt Doggo hat's geschafft Doggo arigato Mr. Trumpo wow Ich habe falsch gestanden und bin wieder zurück. Ich sehe auch falsch. Du musst schwingen, Mr. Trump. Ich würde sagen, ja. Das war eindeutig deine Schuld. Nee. Ja okay, ich hätte nicht vertrauen sollen, dass du nichts machst, wenn du hinter mir langläufst. Einfach da rausstellen, Christoph, dann fliegst du da automatisch richtig hoch. Ja. Wollt ihr nur einen gewissen Winkel auch haben, die da auch wirklich hinkommen? Der schwingt nicht mehr so hoch. Wer fällt so weit von A nach B? Es ist der Hund mit seinem C. So. Und wir haben eine Safepunkt. Ja, ich bin zu weit geflogen. Ich glaube, hier ist auch schon das Ende dieses Levels. Ja. Ich denke auch. Ich bin rot. Meine Arme sind irgendwie hinter meinem Kopf. Nein, ich bin da rein! Ich bin da rein! Oh. Ich geh rein. Ja, warte ich. Okay. Ich roll dir mal zurück. Willst du auch hier rein, Christoph? Ich will auch hier rein. Ja, zieh mal mein Beinsteck fest. Ich sehe leider nicht. Warte. Ich geh nicht. Okay, warte. Dann versuche ich auch noch in Blau reinzukommen. Okay. Ich glaube, wir sind schon losgefahren. Ich sehe auch fast hier wenig. Ich halte mich da fest. Okay. Sehr schön. Ehehe-hey. Hehehe... hehehe... Komm, dann kriegen wir da wohl eingeloggt, oder? Laaan! Woah! Ooo! AU! Woah! ABO! Ah, da kommt Christoph. Christoph schloss cherche时 an! Christoph, sehr gut! einigermaßen wir springen ein bisschen gegen die Wand und 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 jääääää